Ja hallo ihr Lieben, also heute zeige ich euch Schloss Wigrad am Niederrhein. Ja so erbaut ca. zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert. Eine Wasserschlossanlage mit einem wunderschönen Park. 2002 wurden die Schlossanlagen und auch der Park anlässlich der Bundesgartenschau modernisiert und auch so richtig hübsch gemacht. Seit 2004 ist Schloss Wigrad Teil der Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas. Nun, ich kann es verstehen, ist doch echt schön anzusehen. So, genug gequatscht. Euch viel Spaß bei meiner Fotoserie, eure Nicole Kreativgalerie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020